KonsumTV Handy-Tarif Sind Sie zuerst dran, Frau Neichner? Handy-Gesprächs-Taxe bei der Swisscom Wenn es funktioniert natürlich AboSwiss, Normaltarif, telefoniert von morgen am 7 bis oben am 7 Was kostet die Minute? 60 Kroben kostet die Minute 50 Kroben und der Preis ist 59 Kroben Auch dieser Punkt geht auch weg von hier Sieht auch nicht so gut aus Wir spielen Best of Five, haben wir gesagt Wir schauen das dritte Bild an Das dritte Produkt Das ist ein SBB-Bilett-Automat Ein SBB-Bilett Zürich-Luzern Halbtax, 2. Klasse Das habe ich alles gesagt, retour 18 Franken Und Frau Reichenner? 22 Franken 18 Franken und 22 Franken Und der richtige Preis ist 19 Franken Autoline eigentlich als ersten Punkt Wird es vielleicht auch schon spannend? Ja, es gibt keine Studi-Apläne Ja, es gibt keine Studi-Apläne Produkt 4, das wir haben Asian Probieren wir es nochmal Eine BP-Tankstelle Da geht es um einen Liter Benzin Bleifrei An einer BP-Tankstelle Tankt am Freitag 1,45 1,45 Frau Reichenner 1,37 Hoppla 1,37 1,45 Haben Sie einen Tankstelle daheim? Nein Dann machen wir es kurz und schmerzlos Der dritte Punkt dazu Und unsere erste Siegerin lieber auch als ein betrinker 1,37 3,37 2,1 2,5 Untertitelung des ZDF, 2020